und damit herzlich willkommen in der hansestadt hamburg um genau zu sein bei der hafenbahn und wir werden heute ausschließlich rangieren ich dachte das wäre mal was interessantes und das ist soweit ein teil von der hafenbahn es ist nicht komplett nachgebildet und die services sind auch fiktiv aber der stelle meinte das was wir das machen das wird auch so in echt gemacht und ja wir werden da sehr viel die züge umkehren lassen müssen aufs andere gleise geschieben absteck gleise nutzen etc die ersten zehn minuten schon mal angespielt um zu wissen wie es mir hat spaß gemacht und ich dachte jetzt machen wir da mal eine längere session draus okay wir haben aus hamburg süd und hohe schar ein container zug und einmal tankwagen so haben ja durch 20 tricks direction und connection to area of the port part of the map okay dann lassen wir den mal rein und lassen wir die zeit laufen der will noch h und r switching 1 das ist da oben okay weichen upssele dürfen wir alles selber hier machen h und r switching 1 einmal so einmal so okay der ist erledigt haben ja durch 36 track direction 36 gleise dahinten krass der will port container terminal 3 dahinten fährst du mal so also wir kriegen keine strafen dafür dass ein zug hier anhalten muss muss ich ganz gut finde so smallest container terminal auf dem port of hamburg jetzt 1200 meter long quake and serve up to four panamax class vessels und ist der kleinste noch mal guter und was ich bin ein bisschen wochen und r ue schwindet da ok du fährst dann noch ross switching tracks 1 und verschwinde dann ok parking and on-site repair of the match cargo da oben alles klar du bekommst mit den wänden so der wir noch was switching tracks 2 ist da oben gut du fährst eben mal hinterher so einfach bis hier mal die weiche anpassen so und wie die darum rangieren das ist ein ziemlich geil gelöst einmal dann gleich sehen was der andere der nächste ok toller board container terminal 2 es ist da hinten oben kollege du fährst weiter und einmal darin so und der kollege der müsste einmal wenden den kann ich da nicht so rüber stellen dass er wird einmal hier so reinfahren und dann rückwärts dahinten hier tun wir mal schneller hier machen und die nächsten atm grain sieht sie los eins wo ist das ist da oben da komme ich ne da komme ich aber direkt hin ok schaue ich wegen deiner fahrstraße oh was zwei auf einmal hntr specialty refinery das ist hier unten gleis 3 er will das gleiche mit gleis 1 ähm fährst du mal zuerst wo du wolltest äh da wollte gleis 3 das heißt du fährst so und so und fahrt dann danach da oben wieder retour so du wolltest auf 1 bei den silos so und so da machen wir einmal auto wenden an wie die was da will er jetzt raus evil oil and chemicals gleis 1 wo ist das ach das ist da ähm ok schauen wir gleich mal ach so du kollege du kannst wenden ich muss ja auf gleis 2 da kommen auch noch welche raus oh jetzt wird es aber stressig hier so was willst du ross team track 1 das ist gerade da oben ross switching tracks 3 der ranziert irgendwas vermutlich und der will auf wagon repair bitteschön du tust dann bitte wenden du tust dann auch wenden und der nächste ADM switching 1 das ist da hinten 1 nach dem anderen also du kannst auch wenden bitte so und damit du hier auf die 3 kannst die 3 ist da hinten fahr mal hier runter und bis hier hin müsste reichen und dann fährt er rückwärts da wieder rein er muss noch da oben dann sagen wir hier anhalten und wenden beifahrt bis dahin bei dir anhalten und wenden ah sorry das Signal soll ich natürlich aufmachen noch mehr Züge ja macht es mir hier noch alles voll Tolerwort Container Terminal 1 dann ist aber hinten voll ja fahr mal nach da oben oh du kannst auch wieder rausfahren bitteschön ja Signal vergessen sorry du bist der nächste von dem ich mich jetzt hier kümmern muss ach nö jetzt kommt noch ein Zug ja den kann ich jetzt gerade eh nicht annehmen ähm du fährst sorry da runter Stück hier noch so anhalten und wenden und dann da hinten reinfahren ja ich komme hier schon äh Container Services Hamburg 1 das ist da unten fährst du hier runter ähm der Kollege fährt hier mal raus der muss dann eh nach da oben oh was denn aller Scholli H&R Special Refinery 2 ist hier oben äh ja kannst du denn gar mal hinterher fahren so und du wolltest dir auf die 1 anhalten und wenden bitteschön wenn du ankommst kannst du auch wieder wenden das gleiche bei dir ja alles gut anhalten und wenden ja alles gut anhalten und wenden und sobald du angekommen bist wieder wenden fährst du wieder auf das gleiche zurück wie schaut's bei dir aus los loswitching tracks 4 ja du sagst mal wenden ähm du fährst eins weiter ja Moment Kollege du bist auf die 2 da hinten ok ja doch das gefällt mir so du wärst noch da oben wenn du angekommen bist auch bitte du einmal wenden oh dass die mal alle so langsam fahren müssen wenn denn bitte du als nächstes und du musst auf die 1 wo geht's denn danach wieder hin Ross switching tracks ok nein ich kann ihn da nicht rüberschicken von auf was halt mal bis da unten ja und der nächste Terminal 3 da steht aber jemand ja wirst du das mal ein bisschen warten müssen Kollege und der ADM switching der muss auch da hinten nochmal anhalten ach nö die hätte ich eigentlich auch parallel schicken können da oben ähm einmal gerade du kannst schon mal ein bisschen hier runterfahren einmal die Weichen für die 1 du bitte anhalten und wenden du kannst auch schon mal weiterfahren was willst du von mir Evos Oil und Chemicals 2 das ist einfach und dann bist du auf die 1 einmal abladen und wieder aufladen dann Hamburg Süd wieder raus ja wird das so ach so shit du zum Schluss bitte wenden dann hier 1 weiter wenn der jetzt auf 3 will dann bist du Frost switching tracks 1 wo er dann verschwindet aber erst in 12 Minuten gut er will aber erst um 8.34 da sein dann werde ich den da unten irgendwo parken alle viel zu früh ja schaut mal das mal von der Zeit her an die stehen da echt lange aber dann stehe ich nicht hier oben hin sondern da unten hin muss das leider noch im Moment warten Kollege bei dir fahr mal so weiter du bist der ATM switching 1 ich probier mal das mit den Weichen hier schon mal Post gleich 1 sollte auch gleich frei sein ja ja kein Stress so bitteschön ich bin hier Wenden drin ne aber jetzt wobei warte mal ich tu das mal kurz raus jetzt wo Autowenden an ist nicht dass er da doppelt wendet Zölkollege einmal noch hier unten Perfekto der nächste sind die in 10 Minuten Steuereinheit nicht vorne ja gar nichts dafür noch mehr so viel Platz habe ich gar nicht Blumen und Voss Shipyard ach das ist da oben ja dann für Spaß da oben auch du darfst dann schon mal wenden du willst ATM switching Eint ich da nicht gerade schon einen hin ja ihn hier achso der verschwindet aber so einmal so anhalten und wenden 8 27 8 19 ok passt ja passt dann dass er zuerst hier reinkommt es hat vermutlich einer gemacht der hier beruflich arbeitet also die Map hier die ist jetzt aber nur eine Vermutung also wird hier noch eins weiter du kannst auch noch eins weiter fahren oh da kommt was raus ATM plant oil terminal 2 also einmal nach hier unten ja das ist nicht weit da war noch ein zweites Mal oder ja H&R switching 1 gut das ist einfach ja Kollege bei dir gleich ist belegt besser danach er fährt dann nach switching 1 gleich Kollege bitte was da will jetzt ein Zug rausfahren nach ATM Green sieht wo ist das das ist da oben ähm dann fährst du bitte nicht bis da hinten hin dann brauche ich nämlich immer ein bisschen Platz okay so mein Junge du fährst mal so ja ich weiß geht gerade nicht anders 8 19 bis 8 20 Verspätung ah stimmt du musst ja da noch auf die 1 rein ja Kollege es geht nicht ah old terminal 2 was was du machst anhalten und wenden perfekt auch du bitte einmal auto wenden so jetzt kannst du raus du Stress da auf gleich 2 oh oh der ist ein bisschen länger das ist ein Problem oder bitte sagt mir dass es sicher ausgeht shit Kollege ich muss mal ein bisschen zurückfahren ich muss euren chemical ist 1 ja ok und dann auf die 2 aber dann er will auch auf die 1 warum bist du auf die 1 und dann auf die 2 wie schicke ich dich dann auf die 1 ach 30 man alt falsch ich muss hier runter hier steht es da ein bisschen blöd er wollte es mir doch verarschen Refinery 2 Refinery 1 ähm ich kann euch nicht annehmen um 8 42 ach das gäbe es doch nicht ok du kannst jetzt 1 2 erfahren ich habe da so eine Idee was ich jetzt mit denen mache muss ich dann auf die 1 das glaube ich war ja hier hinten ne ah ne es ist hier oben ah werde ich die mal kurz woanders parken ola äußern chemicals 3 ah da steht was so du wolltest auf die 2 so anhalten und wenden kuschelig kuschelig los switching tracks 1 ok mach mal frei damit wir da auf die 3 retour so soll ich die nur hinstellen äh äußern chemicals was ich sehe ich kann ja den theoretisch da mal auf die ausweichen hinstellen weil der ist erst in 10 minuten da unten weg so anhalten und wenden ich glaube den stelle ich da unten mal hin äh ross switching tracks gleis 2 ja das geht nicht stellen wir uns erst weg ne die haben switching 1 was willst du jetzt ah der im plant oil refinery 1 ist das da unten ok das sind gott sei dank nur 3 muss man auch da oben bitte seriously oil terminal 1 aber da also man plant oil und das ist oil refinery 1 wo er hin will na na plant oil fährt er er fährt plant oil refinery also dahin muss er sorry du kannst anhalten und wenden musst aber dann einen kurzen moment warten sag mal was ist mit dir wenn denn ich kann dich jetzt nicht annehmen tanka02 kommt da rein so du kannst auch mal weg ja also ich glaube ich ohne strafen geht es hier mal nicht ähm du bist im weg du kannst mal so fahren glaube ich und die beiden machen einmal fliegenden wechsel und refinery ähm wird hier einmal so wenden und dann von da nach da wieder rein so du wolltest auf die drei bitteschön kannst jetzt auch mal rein fahren minute abfahrt bei ihm stelle ich den jetzt hin jetzt ist gut der ja gut der muss eigentlich auch noch da unten rennen so anhalt und wenden so bitteschön du tust dann bitte einmal wenden und jetzt kannst du da endlich reinfahren gott sei dank einer weniger und du bleibst erstmal da unten und den zweiten schickt man dann hier rein er ist ja zwar trotzdem verspielt aber er ist nicht im weg ah steht ja cross switching tracks 2 einmal rausfahren bitte noch einer hamburg süd will der jetzt sollten wir hinkriegen haben hamburg süd so die werden sich da mal kurz begegnen der kollege der kollege fährt mal da rein und du kollege einmal wenden dann bist du richtig so noch noch zuck erledigt der will auf die vier das ist nur falsch der ist ja immer so oh leute ich bin schon voll na nicht im ernst jetzt container service hamburg 2 bist du unten wo willst du hin container service hamburg 1 oh leute eh mich auch ob du jetzt hier die durchfahrt ja durchfahrten du bist dann hdm switching 1 da unten ross switching tracks 2 du musst einmal wenden wir fahren jetzt hier nach oben sagen wir fahren hier einmal durch oder vielleicht ah doch du musst hier durchfahren so kollege fährst du mal schon mal so den kann ich jetzt nicht fahren lassen weil ich erstmal den zug hier da rausbringen muss land old terminal wollte ich dich nicht einfach auf ein anderen gleis annehmen also ich glaube in echt ist ja schon eine challenge die züge so aneinander vorbeizuschicken so chemicals 1 muss der machst du mal so hätte ich jetzt mal gesagt der kann dann auf chemicals 2 fahren wenn man so switchen h und r switching 2 h switching 3 weißt was weil du das erste bist ist jetzt kannst du da hier mal raus warte warte wir machen wir machen dich mal hier so hin muss auf switching 1 du fährst so das ist jetzt kein Fehler du kannst wieder 1 weiterfahren der der muss auf die 2 auch einmal wenden sch das ist wieder ein langer wenn man so wachen hab ich ein glück so der kollege will ja auf die 1 du kannst da schon mal auf die 1 fahren du kannst auch weiter du bist auf die 3 anhalten und wenden dankeschön und ich glaube am ende des tages bist du auch geschafft wenn du das den ganzen tag machen musst ja eventiv punkteabzüge wegen den weichen chemicals chemicals 2 bitteschön bei dir machen wir anhalten und wenden anhalten wenden du fährst jetzt jetzt hier wieder 1 weiter fahren es wird frei und der muss auf die 1 ob sich das ausgeht von der länge ah sorry da ist frei du musst auf die 2 geht halt noch nicht low switching tracks 4 das ist wo er glaube ich hier steht low switching tracks 2 wir schicken dich jetzt mal kurz da rein auf die 2 anhalten und wenden ausfahrt für dich und dann kriegst du gleich die einfahrt hier bei dir anhalten und wenden geil wer erledigt auf die 1 wenden hohe schade muss komplett rausfahren hier Leute mit Ruhe ah das ist wirklich auch schlau von mir aber wo ich bin manchmal schon so ein Held hier so einer weniger Container Service Hamburg Gleis 1 ups falsch einmal so einmal so und dann fährst du bis dahin bitteschön Einfahrt für dich du darfst auch schon mal raus wir geben dir dann mal komplett ist wieder auf der 1 wieder geil noch ein Zug abgefertigt so muss es laufen so switching 1 erst einmal hier komplett 2 musst du dann geht es gleich mit den Kollegen da weiter so Container Services bei dir und dann er hier anhalten wenden geht es schneller die die flamme da muss auf Hamburg Süd wieder hochfahren ach nö so Einfahrt bitteschön die fahren alle beide Hamburg Süd dann so du wirst jetzt gleich mal hinterher fahren und dann kannst du auf die 4 fahren und dann kommt der andere er will auf Gleis 1 bis soweit vor gleitet anhalten wenden mach frei mach frei wunderbar ach du musst ja da auf die 3 noch 8 444 cool bin sogar noch in der Zeit und du musst jetzt dann auch gerade losfahren auf die hohe wie du sagst mir dass du durchfährst ja sehr gut und dann er hier so anhalten momenten dann nein da will er nach Hamburg Süd fahren Sauerei Container Service Hamburg 2 einmal runter mach mal schnell weil da will jemand das leist dann gleich weiche hier rein das was du kannst jetzt hier schon mal anhalten wenden das reicht mir schon und er will Hamburg Süd können wir hier gerade fahren für dich einmal wenden der will dann hohe Schar perfekt dann kann er gut rausfahren Einfahrt für dich noch einer für hohe Schar aber ich sage super hä wo Hamburg Süd ja genau da wo jetzt was los ist macht es mal alles dicht du kannst aber ein Stückchen fahren für Hamburg Süd Hilfe Hilfe ADM speeching eins düm 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 erst mal so so Kollege jetzt bringen wir dich mal zum Terminal hier wie sagt man dass das passt vom Platz und einmal Hamburg Süd komplette Ausfahrt der fährt jetzt komplett verkehrt oder du geil der wird da krebsen wobei der ist jetzt auch mit 30 unterwegs yes I know Kollege anhalten wenden die Weichen schauen in Ordnung aus und dann kommst du hier auf die 3 nice der kann auch schon mal fahren die Schneid weitergestellt wäre das ein Problem gewesen oh ich schau willst du jetzt fahren ach man da wollte ich jetzt eigentlich gerade einen Zug reinschicken so bitteschön machen Platz frei du kannst dann einmal wenden und du fährst dann einmal da nach unten einmal für dich dann hier weiter fort wir werden nur eine seite benutzen für den wenig minuten frei sein und das aber da sind lange du kannst auch schon mal fahren du fährst dann hier in die Ausweiche rein nice wenn denn bei dir von da unten rein also wenn einer auf den Verbindungsstrecken hier eine Störung hat dann ist hier aber Halligalli Minuten zwei Minuten gibt ihr da schon mal jö der kann da schon mal weiter bis kurz vor dem Ziel ist eigentlich noch nicht gemacht mit der Andeutung wie es da wieder weiter gehen würde in drei Minuten ist der Kollege da oben auch am wegfahren Hamburg Süd Hamburg Süd ähm kommen wir erstmal so runter wo ist schon auf Gleis eins dann bin ich denn los er kann weiter so mein Freund Ausfahrt für dich jetzt endlich los und er kann es endlich auf sein Gleis hier ja ein bisschen vorspulen hier du bitte dann auch einmal wenden der will dann wieder nach Süd und der nach Hoeschau ist mit 80 und Trix schnell bist du 40 ja der fährt effektiv langsamer aber wenn du da so schnell bist warte mal welches er soll da als erstes drin sein okay bitteschön hoheschau müsste frei sein wollte ich jetzt nicht so aber ah warte mal das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht machen wir das so dann kann er mich eher dann hier da oben rein fahren du bitte einmal wenden wenn du angekommen bist und er will auf Switching Tracks 1 das ist einfach weil es gerade hier ist mal hier Dankeschön weiter Fahrt Switching 2 okay nachdem er ein bisschen zu lang ist fährt er gerade weiter und der muss auf ADM Switching 1 rein schauen wir uns gleich an vergessen was auf die 3 wer beschwert sich jetzt wegen rot er hier und tschüss ihn können wir jetzt einmal rausfahren lassen einmal nach da oben bei dir anhalten und wenden wir fahren jetzt mal nach oben halt halte richtung wenden das sind jetzt die letzten züge hier so bitteschön und der soll nach plan oder seit 40 sekunden da unten schon sein ich glaube so krass bin ich jetzt schon geben nein können wir nicht was mache ich da haben wir sie erst mal weg einmal hohe schade bitte runter ein fahrt dankeschön bis dahin ich hätte ich so gerne hier autosignale das wäre so viel einfacher kollege auf die zwei thema die die stunden geil loma echt jetzt kommt jetzt noch ein zug raus hamburg süd gleis eins müsst euch gedulden wie sagen wir dass durchfahrt ja durchfahrt du auch durchfahrt dass ich da einen verflüht reinschicke und dann okay die ganze einfahrt geil du kannst jetzt auch die schar los du fährst auch eins weiter bei dir anhalten wenden fährst auf die eins ich weiß nicht ob ich das dauerhaft machen würde also irgendwie vorne slider auf der strecke draußen finde ich fast ein bisschen interessanter ich meine das ab und zu also abwechslung glaube ich schon was einfach ganz andere art und weise herausfordert ist aber auf dauer wäre es jetzt nichts für mich so du hast ein fahrrad ich würde mir was im betrieb gerne mal in echt anschauen das glaube ich wäre schon ganz spannend gerade speziell am hafen bist aber auch flott der bremst alles aus mit seiner rückwärts fahrt da so noch ein Stück weiter ich glaube jetzt ich nicht dass da von Hamburg noch was raus kommt ne sind nur die ganzen Einfahrten hier und dann müssen wir mit ihnen da noch einmal auf die andere Richtung rüber finally echt jetzt da kommt ach man ja nein ich kann dich jetzt nicht annehmen Zug fährt ein und du hast jetzt hier noch die Einfahrt die verschwinden auch gleich oh Kollege drück mal aufs Gas Spiel Nerv nicht echt jetzt okay der wird nach wo ich schau der ist verkraftig noch und jetzt kann ich dich da weg schicken du das dann bitte wenden wenn du angehalten hast und du machst bitte den Platz frei Einfahrt für dich als nächstes schicken wir dann den hier rein der hätte hier schon ein paar Minuten sein soll oh komm einmal losfahren ok der will noch die hohe schau ja das können wir machen da müssen wir nicht sehr viel tun Einfahrt für dich bitteschön so anhalten wenden Einfahrt für hier unten wo ich schau darf auch schon mal los noch eins weiter so Stückchen noch und der kann jetzt hier runter nice so die letzten sechs Züge genau die auf der Karte sorry Einfahrt ist da ach der muss auf die zwei ja wie praktisch dann kann ich das ja hier so machen und der muss auch auf die zwei jungs vorspulen schon mal ins weiter fahren ja doch auf die zwei nice nice äh noch einer nur noch der da oben ja okay cool Knapp eine Stunde das jetzt dauert. Schauen wir uns mal die Auswertung an. Gute Arbeit, 88%. Okay, ich glaube, das ist einer meiner schlechtesten Bewertungen bisher. Was haben wir denn da so? Verspätung, 3 Minuten, 2 Minuten, 3 Minuten, 6 Minuten. Alles Verspätung, Verspätung, Verspätung. 9 Minuten Verspätung. Ja, ich würde mal sagen, für das das erste Mal, dass ich im Hafen gewesen bin und so eine Skierarbeit gemacht habe, das höchste von 9 Minuten, ich glaube, ich glaube, das kann man auch vertreten. Das fahren wir bestimmt alles wieder rein. Ist jetzt ja nicht so wild. Naja, wie hat es euch gefallen? Und meint ihr, es war gut? Schreibt es doch in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brauchhofer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.